Hallo, ich bin's wieder, Frank. Ich habe mir versprochen, dass ich noch ein neues Video mache, da sind nur eins oder mehrere. Explizit muss ich dazu sagen, dass ich gebeten worden bin, etwas zu machen, was man auch am Arbeitsplatz machen kann. Es ging in dem Fall um Pflegekräfte und Schwestern und Ärzte, also wirklich Leute, die es verdient haben, dass sie ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen. Ich kann am Montag dazu beitragen und versuchen, euch ein paar Übungen zu zeigen, die ihr am Arbeitsplatz machen könnt oder zu Hause. Die Idee dabei ist, ich erkläre immer in einer Pause, was als nächstes kommt. Das könnt ihr als Pause nutzen oder aber noch besser, ich schaue das Video einmal im Vorfeld komplett an, dann wisst ihr, was euch zukommt. Hilfsmittel brauchen wir eigentlich keinen. Ich habe mal zwei Stühle vorbereitet als Ersatz für Stühle, für Sofa, für den Schreibtisch kann man auch hernehmen. Es geht darum, wenn ich eine Liegestütze oder eine Planke am Boden nicht machen kann oder möchte, dann kann ich es eben in einer erhöhten Position machen. Dadurch ist der Winkel ein anderer, damit fällt es mir leichter. Alles andere erklärt dann später. Ich würde sagen, fangen wir einfach an. Erste Übung geht los und zwar, wir ziehen unsere Schuhe aus. Und wie ihr seht, wir setzen uns dafür nicht hin, sondern wir machen das im Stehen. Das Schuhe des Gleichgewichts. Klettverschluss zählt übrigens nicht. Wir müssen die Nachbar wieder anziehen. Gut, wenn ich nicht falle, stelle ich die auf die Seite. Wir machen wieder wie immer erstmal ein bisschen Kreis auf den Schwung bringen. Tippeln auf der Stelle. Seht bitte zu, dass die Fersen nicht im Boden berühren, sondern dass wir einfach mal in Wallung kommen. Man kann dazu, wie wir das jetzt mal schon gemacht haben, die Arme schwingen. In großen Kreisen. In kleinen Kreisen. Was ihr jetzt nicht sehen könnt, ich habe neben der Kamera eine kleine Schloppe laufen, damit ich immer ungefähr eine Minute eingehalte pro Übung. 50 bis 60 Sekunden. Da muss ich mich jetzt ganz leicht korrigieren. Ich habe eben gesagt, wir brauchen keine Lebensmittel. Doch, bei meiner nächste Übung brauchen wir eine. Ihr wisst ja, wir müssen herausfinden, wofür das Klopapier gut ist, dass viele so viel behortet haben. Es ist für die nächste Übung die Rolle schon mal. Weil eine Klopapierrolle ist leicht, die wiegt nichts. Es geht nur um den Bewegungsablauf, lief in das Gewicht, das wir bewegen. Ich habe das letzte Mal schon gezeigt. Ihr dürft auch gerne dabei in den Knie gehen, wenn es euch leichter fällt, runterzukommen. Bücken sowieso. Wir wollen den RWS-Bereich stärken. Wir starten ganz weit oben, schritten, strecken, ganz ganz groß machen. Nehmen die Klopapierrolle. ganz groß, oben wieder hoch, groß machen. Zwei, drei, zehnmal machen. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, und zehn. Das ist wichtig und das tut gut, den Rücken zu entlasten. Gerade bei Wegekräften, die wirklich viel vorgebeugt arbeiten müssen oder zur Seite halten müssen und, und, und. Das ganze Thema ist ein wirklich wichtiges. Angekündigt hatte ich unseren Stuhl. Zumindest den ersten. Eine etwas leichtere Übung. Rechter Arm, linker Arm. Fußboden, Fußboden. Such bitte einen sicheren Halt. Je weiter der Stuhl auseinander ist, umso sicherer, desto weniger könnt ihr kippeln. Und es geht ganz einfach nur, den Rücken an der Lehne lassen. Nicht nach vorne beugen, dadurch verkürze ich. Und versuch bitte mal einfach nur auf den Boden zu kommen. Eins, zwei, drei, vier. Versuch wirklich auf den Boden zu kommen. Etwas weiter der Stuhl kann dabei helfen. Und Rücken an der Lehne lassen. Das ist wirklich nur zum Lockern. Ohne Gewichte, ohne alles. Einfach nur, dass es ein bisschen bewegen geht. Von unterrieben habe ich jetzt vergessen weiter zu zählen. Aber meine Stuhl sagt, ein bisschen müssen wir auch. Und das tut nach vielen Videokonferenzen und fünf Stunden lang auf dem Sofa sitzen, richtig gut. Einfach nur ein bisschen bewegen. Sich selber wieder spüren. Denkt bitte daran, solange ich hier arbeite, kann ich hier Atmoserat schon, geht auch pro Tag, solange es noch geht und wir es noch dürfen, mindestens eine halbe Stunde, Stunde raus. Und das Licht, Tagslicht, ganz, ganz wichtig. Jetzt, wo wir alle Vitamin D brauchen, wichtig, werden wir eingesperrt und dürfen keinen Sport mehr machen und so weiter und so fort. Also helft euch selber, macht mit. Was ich hier mache, ist eigentlich nichts Besonderes. Das Einzige, was ich eigentlich mache, ist, dass ich es mache und versuche euch zu motivieren. Bei Übungen gibt es im Internet zuhauf. Man kann die Grenze schrauben bei Telegym und so weiter und so fort. Wichtig ist, machen. Das ist der Unterschied. Nächste Übung. Ich bleibe sitzen. Ich nehme die Füße hoch. Das wird jetzt ein bisschen anstrengender. Einfach nur anheben, so gut wie es geht, solange es geht. Füße nicht auf dem Boden. Er kann, kann man auch die Spirenze machen, dann nach vorne. Nicht auf dem Boden, ganz wichtig. Kann man sich spielen, also wer das mag, aber nicht auf dem Boden. So. Das machen wir jetzt noch eine knappe halte Minute. Wie gesagt, ich versuche nur ein paar Variationen zu zeigen. Macht ihr das, was gerade geht, aber macht ihr das ordentlich. Und haltet euch ein bisschen an die Zeiten. Wenn es nicht anstrengend wird, dann müssen wir es auch nicht machen. Also ein bisschen was darf schon sein. Okay? Gut. In der Manglung eines Tisches, da steht nämlich die Kamera drauf, nehme ich jetzt mal einen Stuhl und tue so, als ob es ein Tisch wäre. Geht bitte, habt ihr einen Schreibtisch oder einen Esstisch zu Hause. Wenn man davor steht, könnte man folgendes machen, die Arme unten runter und einfach versuchen, den Tisch anzuheben. Die Betonung liegt auf Versuchen. Nicht wirklich anheben, sondern die Muskeln, den Bizeps in dem Fall, anspannen, 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 anspannen. Und halten. Das ist eine sogenannte isometrische Übung. Wenn man den Bizeps wirklich belasten wollte, müsste man ein bisschen mehr Gewicht haben. Da langt eine einfache Wasserflasche oder ein Liter Milch nicht. Deswegen jetzt der Ausweich auf die isometrische Übung. Und halten. Nach 20 Sekunden. Einfach nur halten. Der Tisch ist hoffentlich so schwer, dass ihr gar nicht bewegen könnt. Das wäre dann die richtige Option. Ihr seht, der Stuhl ist so leicht. Ich habe ihn leicht angehoben, um überhaupt ein bisschen Spannung reinzubekommen. Aber ich merke es jetzt auch schon. So, nachdem wir was für den Bizeps getan haben. Es gibt immer Gegenspieler, Kontrahenten. Machen wir was für den Bizeps. Das haben wir letztes Mal auch schon gemacht. Dann bleiben wir auch bei, die Übung ist gut. Insofern, ihr könnt durch den Abstand der Wand und durch die Höhe der Hände bestimmen, wie schwer ihr es euch macht. Ich mache es mir jetzt mal wirklich schwer. Und drücke mich weg. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Noch fünf. Eins. Zwei. Drei. Vier. Und die fünf. Voilà. Letztes Mal habe ich die Planke gezeigt. Fangen viele ganz toll, aber ein bisschen zu schwierig. Die Planke und die Abwandlung, linke Seite, rechte Seite, sind zusammen genommen eine ganz tolle Übung für den kompletten Rumpf. Viele machen den Fehler und sagen, ich habe den Rücken. Aua. Also trainieren Sie den Rücken. Manche sagen, ich habe so eine Klauze. Trainieren Sie den Bauch. Abgesehen davon, dass es so nicht hilft. Sieht was nicht so gezielt. Ist es immer ganz gut, wenn man ganzheitlich denkt und arbeitet. Und deswegen die Planke eine ganz tolle Übung. Tipp dabei. Nehmt euch erstens eine Erhöhung. Die baue ich mir gerade. Zweitens, Leute mit LBS-Problemen. Die werden eventuell feststellen, dass es da drin piekst. Darf nicht sein. Soll nicht sein. Wir wollen euch gesund erhalten oder gesünder machen und nicht kränker. Deswegen der Tipp, wenn die Übung nicht ganz koscher ist, einfach den Popo spitz machen. Richtig raus machen und ich kriege einen Winkel rein. Die Übung ist nicht mehr so effektiv, aber sie hilft und tut nicht weh. Ich versuche mal die Klauze zu machen. Also einfach eine Übung drauflegen. Planke. Und jetzt kann ich nicht schlecht auf die Ohr gucken. Ich sehe sie so schlecht. Ich zähle mal einfach jetzt ganz langsam. Was ich mit spitzen Popo meinte, ich mache es da zwischendurch, ist diese Übung. Dadurch wird die LBS-Bereiche wirklich entlastet und ihr müsst immer noch Spannung im Körper haben. Auf jeden Fall. 30 Sekunden lang in dem Fall. Erstens fangen wir an. Und ich habe versprochen, einfache Übung zu machen. Zweitens kommt ja noch die rechte Seite. Mit leichten Übungen. Denkt daran wirklich nur leicht. Es geht nur darum, Spannung aufzubauen und aufzuheben. Aufzubauen und aufzuheben. Es geht nicht darum, dass ihr mit dem Back auf den Boden kommt. Wiederum nicht gut für die Wirbelsäule. Kopf dabei gerade halten. Und einfach nur locker schicken. Die Uhr ist ganz schön langsam. 9, 8, 8, 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jawohl. Das Ganze in die Richtung, damit ich euch sehe und auf die Uhr gucken kann. Also geht's. Das Ganze in die Richtung. Aber wenn die Uhr verteilt. Drei. Da hinten. Das Ganze in die Richtung, den ständigen. Da hinten. Da hinten ist besser. Da hinten, da hinten. Bis zum ersten Mal. 10, 9, 8, 7, 8, 5, 4, 3, 2, 1, und schon fertig. Gut. Dann haben wir jetzt noch zu der Hohle, das haben wir uns verdient. Eine ganz einfache Übung. Ich muss nur gucken, dass ich mit dem Sock nicht wegrutsche. Das ist übrigens ein guter Tipp. Achtet im Vorfeld drauf, wo ihr euch hinsetzt. Während ich hier noch rede und ein bisschen schnaufe, merkt ihr, ich mache schon wieder eine Übung. Ich sitze an der Wand, im sogenannten Wallsit, und versuche wieder ein bisschen zu Luft zu kommen. Und wenn man diese paar wenigen Übungen wenigstens einmal am Tag macht, das sind keine 13 Minuten insgesamt, hat man was getan, es tut gut, macht es bewusst, also nehmt euch die Zeit, nehmt das Video mit auf dem Handy, schaut es euch an. Wie gesagt, ihr könnt euch euch selber über uns zusammenbasteln. Wer es macht, super. Und wer so ein bisschen die Hilfe braucht, es überhaupt zu machen oder zu schaden, der sei eingeladen und nimmt dieses Video als Anlass. Und macht mit mir ein bisschen zusammen Sport. Was ich jetzt schon anbieten möchte, ist, morgen, dann ist es jetzt morgen, mache ich dann mal vielleicht ein bisschen weniger Übungen, acht Übungen oder sowas, wieder ein bisschen mehr ins Eingemachte gehen, also ein bisschen mehr für Fortgeschrittene. Muss auch mal sein, die Anfrage kam eben auch, kann man ein bisschen was machen, um Muskelmasse zu behalten, also der Einspruch ist einfach ein anderer. Und ja, ich werde immer so ein bisschen abwechseln, ein bisschen anspruchsvoller, ein bisschen einfacher. Und einfach ist es nicht negativ gemeint, im Gegenteil. Bei einfach schnaufe ich auch schon ganz schön. Gut, dann die allererste Übung. Mal sehen, ob das jetzt mit dem Schnaufen noch klappt. Einfach die Schuhe wieder anziehen und schnülen. Ich habe schon gesagt, Klettverschluss zählt nicht. Wackel, wackel, aber es ist gerade noch gut gegangen. Bewegt euch, macht was, geht raus, ernährt euch vernünftig und seid lieb zueinander. Ciao.